Ja, ja. Die Brechimowitsch. Ich schaue immer auf den Torwart. Das hast du schon mit Schmelzer gemacht, der hat immer auf den Linksverteidiger geschaut. Ja, das war echt normal. Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute haben wir wieder den Bürki am Start. Was geht ab? Wir werden uns jetzt Fußballmannschaften anschauen anhand von Nationen. Also wir sehen jetzt nur die Flaggen der jeweiligen Mannschaften und wir müssen dann sagen, welche Mannschaft das ist. Bist du ready? Ja. So, es geht los. Arsenal. Oder? Ich habe jetzt direkt wegen der Frage vorne, wegen Auber dran gedacht. Ja, genau. Ich wusste gar nicht, was das für eine Frage ist. Jawohl. 1-0. So, nächste Mannschaft. AC Maikert. Nailand, ja, ja. Die Brechimowitsch. Ich schaue immer auf den Torwart. Das hast du schon mit Schmelzer gemacht, der hat immer auf den Linksverteidiger geschaut. Ja, das war recht normal. Navas. Paris, würde ich sagen. Olympique Lyon, oder? Keine Ahnung. Sevilla. Scheiße, vorne nur. Ach, Navas ist ja... Manu. Manu. Manu? Nein. Das ist... Doch, Manu. Nein. Aber... Atletico Madrid, oder? Aber... Das ist ein englischer Torwart. Ich weiß es nicht, oder? Manu, Mann. Manu. Aber ich habe jetzt gedacht... Okay, Henderson. Dortmund. 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 Das hast du auch auf den Torwart geachtet, oder? Ja. Akanji. Ja. 2-2, oder? 2-2. Okay. Neapel. Oder? Koulibaly und Manolas Innenverteidigung. Ja. Kommt das hin? Ja. Stark. Let's go. 3-2. Ähm... Tottenham, oder? Wegen Bale und Sonnen. Links, oder? Ich schalte nicht so schnell. Jetzt musst du auch, oder? Ich sehe das Video das erste Mal, weißt du? Ey, ich stehst du auch das erste Mal. Ich bin doch nicht am Tüten. Was denkst du von mir? Real Madrid. Oder? Ja. Kommt das hin? Mit Oedegaard, Benzema, Jovic? Ich schau zu fest auf einen Torhüter. Jawohl, ein bisschen Vorsprung aufgebaut. 4-2 jetzt, glaube ich. 5-2 sogar. Inter. Ja, stimmt. Ich dachte direkt rechts Hakimi. Ich hab Torhüter. Torhüter. Ja, ist auf jeden Fall Inter. 5-3. Benfica. Ich dachte erst mal Schalke wegen Harit. Nein, ich glaube nicht. Harit? Schalke? Kommt das hin? Doch. Woher wusstest du das? Torwart. Und deutsche Stürmer. Was ist das denn komplett Portugal? Wolverhampton. Ich habe nur Portugal gesehen, deshalb habe ich gesagt Wolverhampton. Porto? Keine Ahnung. Ist bestimmt Adama Traoré, ne? Da sehe ich da rechts. 5-5, oder? 5-5? Nein. PSG. Costa Rica und Torwart. Was sag ich Scheiße? Ja, jetzt hat der Torwart die Go. Kein Torwart hat die Nation. Navas. Hoffentlich kommt da jetzt noch was. Ich muss ausgleichen. Bitte. Ey. Manchester City. Oder? Nein. Everton. Scheiße, Mann. Keine Ahnung, Punkt. Bosnien. Boah, ich habe es im Kopf. Was ist das? Das ist doch nicht Barca? Bayern. Barca. Ah, ich habe gedacht. Wegen hier. Davies. 6-6. Man City. Ne, oder? Keine Ahnung. Liverpool. Nein, glaube ich. Nein, glaube ich. Nein. Ich wusste nicht, wer ein Portugieser Innenverteidiger ist. Juve. Müsste, oder? Ich weiß nicht. Demiral. Ja. Müsste Juve sein, oder? Jawohl. Okay, ich weiß gar nicht, wie es steht. Wie steht es? Wie haben Sie ihn? Chelsea. Ja, stimmt. Mendy. 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 Stimmt. Pulisic. Sieg. Kopf an Kopf, ja? Atletico Madrid. Ja, stark. Jan Oblak. Ich habe den Suarez und Joao Felic gesehen. Ja, den Oblak gesehen. Und Hüsey in den Verteidigungen. Ach, Savic war halt blabber ich da. Liverpool. Muss doch. Salah, wer gibt es denn da noch? Bayern. Bayern. Ja. Du warst schneller, ne? 9,9. Oder? 9,8? 9,9. Okay. Hast du den Davis-Guy gesehen? Ja. Ah, das war es schon. Ja, Freunde. Leider am Ende ein Unentschieden. Hast dich aber gut geschlagen, ey. Danke, du auch. Müsst du das nächste Mal noch irgendwie anders klären, wer denn hier in eine Entscheidung fallen soll. Hat auf jeden Fall Bock gemacht? War ein cooles Quiz, oder? Auf jeden Fall, ja. Nice, hat Bock gemacht. Lasst einen Daumen nach oben da, Leute. Wir verabschieden uns, haut rein und ciao.